so ihr lieben zu einer neuen runde laskaus viel spaß bei diesem video los geht's so ihr lieb so ihr lieben zurück bei laskaus und da seid ihr mal ein admin und gm und wir müssen jetzt die anfangs quest machen für die flügel so das witzige ist wir müssen katzen hauen und ich bin doch im ganzen liebhaber warum warum wir müssen es einfach noch einmal ist rein so ich glaube eigentlich hätten wir uns das ersparen können denn die anfangs quest ist das sagt man gleich blau bobs daher katz bis mal guckt euch das jetzt umstellen halt stopp weil jetzt machen wir ja noch nicht oder wir machen es doch katzen müssen auch gottchen warum und die anderen fischer findet mich schon die katzen hat nur docks so ein wunder wunder das ist ja gut das ist haben wussten wir das am anfang waren die am anfang auch schon da die viecher ach so und ja ich konnte meinen eigenen eigentlichen schatten priester war konnte ich nicht verwenden da ist wahrscheinlich schon vorgeben er ist ja glaube wenn ich nicht verwenden kann katzen und hund wir wissen aber dann welche salat gegen ich war gespannt ich gehe mal davon aus dass es dann auf der anderen seite ist wir haben ein level ab es hat sich doch gewohnt das reinzuhauen aber sie ist gelohnt und dabei blauen mobs level abbaus nicht schlecht ich will doch keine katzen ja sind nur noch 20 da müssen wir ja kommt da hinten sehen wo sie ist durch die art schilder bohnen versteckt service suchen fans spiel katzen und dann sind die noch so putzig sind die das wahnsinn ich muss meine ernstes wörtchen mit den atmen reden hunde und katzen hier rein zu machen das ist doch und so süß aber bitte nicht mir das krumm nehme ich gar nichts dafür es ist das spiel ich kann nicht dafür ja wo sind sie denn wir haben schon so kleine level ab ja ich will das dann ich muss auch leider ich will doch die flügel die sitzt dann hier so verstreut aber nicht überall da müssen wir die komischen salat ging so ähnlich wir brauchen noch eine miete so haben wir das fertig muss man auf die andere seite gucken vielleicht salat ging ich komme da jetzt gar nichts tun wir vorstellen wir sind noch mehr katzen und hunde so ich gehe bloß mal davon aus dass es halt die jaguars sein sollen guckte ja ne das sind die ohne ja doch da guckt euch die viecher guckt euch die viecher ist ja nein also ich weiß jetzt nicht auf das jetzt bloß daran liegt dass wir im schatten priest so haben oder dies steht im mutter weiß ich nicht ist ja geil es gefällt mir schon was schönes einfach so ist halt so haben wir uns auch noch euch machen die haben eine sonnenblumen so haben wir die auch fertig so doch haben wir uns mal schnell unsere wigs aber hier sind auch kätzchen hätte mocha und gönne auf der seite ich wollte keine katze weiter töten die arme mieter hier ist der antropos so wir könnten ja eigentlich auch mal ja mache ich mal so ein bett machen ich bin ja nicht auf das jahr von schattenpriester sowieso nicht ich sehe wo kein a hier abgeben hier ist der gf komplett achso sind die eigentlich besser als die standort ich gehe mal davon aus ich gehe mal davon aus so müssen wir noch ein paar hs kauf mal 100 stück kostet ja nicht die welt wobei jetzt dass die und dahin da sind wir näher dran macht doch passiert eigentlich irgendwas die standortwärter erinnern sich doch nicht oder das passiert doch nichts also brauchen wir nicht zu blößen und wir können wir hier wünschen die das 18 rüstung kann man so lassen ich würde sagen kümmer jetzt schon weiß ich nicht aber ich bin immer noch auf die ohren fähig das kann man reinhauen das braucht man noch nicht so gut aber das schon mal so dann würde ich sagen gehen wir noch draht an war in das gewölbe und probieren es einfach aus genau so machen wir das draht an ja ich würde hallo sagen ich habe auch keine zeit ich stehe unter zeitdruck und ich hoffe wir gehen nicht gleich dauern draht an juno ihr prater ich lasse mal ein bisschen so dann mal rein vielleicht 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 wir werden es gleich sehen wir werden es gleich sehen da so sammerein machen kann ich den sammerein machen ach so da geht ab und dort von 1 bis 100 level 1 bis 100 so dann weiß ich nicht gut machen so auf nicht zu gruppen die uns nicht so dann und sich ach ich wollte aber ich habe mich umgestellt ganz kurz hoffentlich zu reisen sonst jetzt nicht hier das muss ich rein machen ich habe doch einen anderen schau ich habe doch einen anderen schau nein das hier ist ja nicht schlecht also wisst ihr kennt hier reingehen das war jetzt gerade nicht der hit wegen naja weil jetzt ist ja noch nicht ausgeprägt so großartig zweck skills meine ich jetzt ich meine jetzt wegen aber ist ja nicht so tragisch da könnte man ja ab wann auch ab wann ist denn hier das mit der murmel die morunter wo man dies dann aber trotzdem schaden machen aber eben halt aber da können wir nämlich hier stehen ich gucke dann mal wenn wir aber ich glaube es ist auch über 100 erste ich weiß es nicht nach so oder noch mehr und sogar also muss man noch höher zu kommen aber wir haben da gibt es auch schon mehr das habe eigentlich alles drin ja lege und so haben wir alles drin vor allem wochen wird zurzeit äh war das bei ritter vorhin hoch oder in den vorkommen aufnahmen war das auch so dass da hier die schaden anzeige weiß ich brauche nicht ja auch noch zwei sind wir schon also haben wir mit dem rit der ritter war anfang schwer haben wir sehr schwer getan aber ihr seht das geht auch so ja die zwei tocken möchte ich ja noch sammeln ja sammelt immer die bachs holen wir uns später das ist jetzt doppel level ab ja wenn der lehrer aue hat ist doch gut da geht es noch mal so schnell aber da brauchen wir nicht hier drin sein da geht man eigentlich dann ja doch bis 160 können wir ja dann hier bleiben ich würde sagen wir gehen dann auch immer raus rein ne praktische so und nicht wieder an titel ich habe nicht ranking 1 ich habe noch bloß den titel wird gekauft doch kann man die kill die machen aber da kommen sie brauchen die dauern zu lange die dauern zu lange gut ihr lieben da war es das für das erste video mit einem schattenpriester bis zum rüstung sammeln verbringen wir erstmal mit dem ok ihr lieben dann erstmal mega daumen an euch und tschüss so ihr lieben ich hoffe das video hat euch gefallen hat euch spaß gemacht ja dann bewertet es mit daumen hoch und mit dem kommentar und ansonsten bis zum nächsten mal tschüss 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 bis zum nächsten mal tschüss